Liebe Antonio Costa, liebe portugiesische Freunde, in den nächsten sechs Monaten hat Portugal die Präsidentschaft des Europäischen Rates inne. Wir übergeben Ihnen den Staffelstab und wir tun es mit allen guten Wünschen für die Aufgaben, die in dieser Rolle vor Ihnen liegen. Wenn ich zurückschaue auf das halbe Jahr der deutschen Ratspräsidentschaft, dann war natürlich die Coronavirus-Pandemie die zentrale Herausforderung für uns alle. Ich bin überzeugt, gemeinsam werden wir stärker als das Virus sein. In diesen Tagen erleben wir es ja, Europa fördert, beschafft und verteilt Impfstoffe gemeinsam. Hier gilt mein Dank insbesondere der Europäischen Kommission. Und wir setzen uns als Europäische Union dafür ein, dass Impfstoffe in allen Ländern verfügbar sein werden, denn die Pandemie macht an keiner Grenze Halt. Gemeinsam können wir auch die Folgen für die Wirtschaft unserer Länder und die Arbeitsplätze unserer Bürger in den Griff bekommen. Der siebenjährige EU-Haushaltsrahmen und der Aufbaufonds werden helfen, diese außergewöhnliche Krise zu überwinden. In vielen Ländern Europas wird dringend auf diese Mittel gewartet. Zugleich investiert Europa mit dem Aufbaufonds auch in die Förderung des Klimaschutzes und der Digitalisierung und damit in unsere gemeinsame Zukunft. Beim Klimaschutz haben wir außerdem das Ziel mindestens 55 Prozent weniger CO2-Emissionen bis 2030 festgeschrieben. Das zeigt, wir in Europa wollen Vorreiter des globalen Klimaschutzes bleiben. Lieber Antonio Costa, liebe portugiesische Freunde, ich wünsche Ihnen viel Erfolg für die portugiesische EU-Ratspräsidentschaft. Deutschland wird Portugal nach Kräften unterstützen. Karos und caros Amigos, Cara Angela, Muito obrigado pelas tuas palavras. Quero dar à presença alemã os parabéns pelo excelente trabalho ao leme da União Europeia. A compra conjunta das vacinas, garantindo a sua distribuição simultânea a todos os Estados-membros. E a aprovação de uma resposta robusta aos efeitos económicos e sociais da pandemia demonstra uma União Europeia próxima dos seus cidadãos, respondendo aos seus receios e correspondendo às suas expectativas. É uma honra e uma enorme responsabilidade para Portugal receber este testemunho das tuas mãos e dar continuidade ao vosso trabalho. São três as principais prioridades da presença portuguesa. A primeira, obviamente, recuperação económica e social, que terá como motor das transições climática e digital fatores de crescimento e de criação de mais e melhor emprego. A segunda é o desenvolvimento do pilar social da União Europeia, creando uma base sólida de confiança de que esta dupla transição será uma oportunidade para todos e a garantia de que ninguém ficará para trás. A terceira é reforçarmos a autonomia estratégica de uma União Europeia aberta ao mundo. Para estas três prioridades, três marcos. A aprovação dos Planos Nacionais de Recuperação, em conjunto com a Lei do Clima e o Pacote para os Serviços Digitais. A Cimeira Social, que vamos organizar, juntando parceiros sociais, sociedade civil e instituições, Estados-membros, num compromisso comum em torno de um plano de ação para o desenvolvimento do pilar social. E, finalmente, o fortalecimento das relações de vizinhança e com os nossos parceiros estratégicos, com a África e as Américas, mas também na região do Indo-Pacífico, com especial destaque para a realização da Cimeira entre a União Europeia e a Índia. Cara Angala, caras e caros amigos, como numa estafeta, cabe-nos agora a nós dar continuidade ao vosso trabalho, com o lema da presença portuguesa, é tempo de agir por uma recuperação justa, verde e digital. Tchau. 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 Tchau.